Ja, ich melde mich hier aus dem Volkswagen Live. Die Jungs sind wieder am trainieren, jetzt müssen sie locker machen. Heute beginnt das Ernst des Lebens wieder. Ja gut, da muss man mal sehen, was gegen Regelsbrüche läuft. Da müssen die nachlegen. Hier muss ich zu Hause das und nicht mehr. Am besten gar keiner mehr verlieren. Aber auf die zweite Liga bin ich gespannt. Wird spannend werden. Und ihr wisst ja, gegen Donnerstag hau ich die Tipps raus. Ne, ist es besser, diesmal nicht. Diesmal mache ich das schon Mittwoch. Und dann wisst ihr ja, bei Peter auf dem Helm-Peter-Kultfilm, YouTube bitte abonnieren. Und dann kriegt ihr die Tipps wieder zu hören. Und dann hauen wir das Ding raus. Alles klar, nur der HSV. So, hier würde ich mal auf den Schluss machen. Und daher mache ich noch, wenn sie spielen, ein paar Bilder. Alles klar, tschüssi. Ich wünsche euch alles Gute hier diese Woche. Und dann natürlich. Donnerstag hau rein jetzt Tango und alles klar. Tschüssi. Na da hausau.